In diesem Video informiere ich über den Agenturtyp der Kommunikationsagentur. Sie versteht sich als Dienstleister, der mehrere Instrumente der Marketingkommunikation beherrscht und im Sinne eines optimalen Kommunikationsergebnisses zusammenführt. Die Namensgebung folgt den Vorgaben der Marketinglehre, welche der Marketingkommunikation zahlreiche Instrumente zuordnet. Sie differieren zwar in den Bezeichnungen und unterliegen auch einem gewissen zeitlichen Wandel, vor allem zeigen sie aber, dass die Erreichung von Marketingzielen einer größeren Vielfalt als nur den Möglichkeiten der klassischen Werbung bedarf. Bitte beachten Sie, dass es weder bei den dargestellten Tätigkeitsfeldern noch bei den aufgeführten Serviceleistungen einen festgesetzten einheitlichen Standard gibt. Die individuelle Leistung einer bestimmten Kommunikationsagentur kann also von dem hier gezeichneten Bild abweichen. Als bedeutendste Form der Massenkommunikation spielt die klassische Werbung für Kommunikationsagenturen die zentrale Rolle. Anzeigen, Radiospots, Internetseiten und Außenwerbung gehören dazu, aber auch alle Formen von Drucksachen wie Produktliteratur, Imagebroschüren und Salesfolder. Designleistungen werden von Kommunikationsagenturen meist in Form von Corporate Design, Packaging und Produktdesign erbracht. Maßnahmen des Dialog- bzw. Direktmarketings beziehen Kommunikationsagenturen ebenfalls gezielt in ihre Arbeit mit ein. Hierbei handelt es sich meist um Maßnahmen wie postalische oder elektronische Mailing-Kampagnen sowie den Einsatz von Gewinnspielen. Als Kommunikationskanal mit einer ständig wachsenden Bedeutung ist das Internet ein zentrales Betätigungsfeld von Kommunikationsagenturen. Neben der Entwicklung von Internetauftritten, Microsites und Apps bieten Kommunikationsagenturen die Einrichtung von Online-Shops und diverse weitere Leistungen des E-Commerce. Im Bereich Public Relations agieren Kommunikationsagenturen ebenfalls. Sie erstellen Pressemitteilungen, entwickeln Pressemappen und beschicken Pressedienste des Internets. Im Sinne einer durchgängigen Kommunikation sind Kommunikationsagenturen auch am Point-of-Sales vertreten. Hier entwickeln sie Verkaufsdisplays oder kümmern sich um die Messeauftritte ihrer Kunden. Der Einsatz von Promotoren ist ihnen ebenfalls vertraut. Auch die Organisation von Veranstaltungen gehört zu den Aktivitäten einer Kommunikationsagentur. Hierbei geht es meist um Einweihungen, Hausmessen, Jubiläen und Weihnachtsfeiern, bei denen im Wesentlichen auch Vorhandenes zurückgegriffen werden kann. Einige Kommunikationsagenturen bieten obendrein Employer-Branding, Markenführung, die Begleitung von Börsengängen, die Begleitung in Veränderungsprozessen usw. An Serviceleistungen können Sie von Kommunikationsagenturen in der Regel folgende erwarten. In Sachen strategischer Unterstützung bietet die Kommunikationsagentur das Know-how zur systemischen Zusammenführung einzelner Kommunikationsinstrumente. Integrierte Marketingkommunikation ist das Ergebnis eines kreativen Prozesses. Dieser sollte mit der genauen Abstimmung über das angestrebte Ziel beginnen. Erwarten Sie hierzu die Beratung über bewährte Vorgehensweisen, eventuelle Alternativen, die Entwicklung konkreter Ideen und die Kalkulation des Gesamtvorhabens. Integrierte Marketingkommunikation ist auch komplex. Sie muss auch organisatorisch beherrscht werden. Hierfür halten Kommunikationsagenturen Mitarbeiter vor, die den direkten Kundenkontakt, die Koordination aller Beteiligter, die Zeit- und Kostenerfassung, die Terminüberwachung und die Sicherung und Verwaltung von Belegen und Daten leisten. Text und Gestaltung folgen in Kommunikationsagenturen den Erfordernissen der aktuellen Projekte. Oft wird spezifisches Können aus Leistungen von externen Spezialisten bedarfsgerecht zugekauft. Gerade der Einkauf technischer Produktionsleistungen setzt neben der terminlichen Koordination auch die kreative und qualitative Überwachung voraus. Kommunikationsagenturen leisten diese. Oft werden Kommunikationsagenturen zur Steuerung komplexer Vorhaben eingesetzt, in die Spezialagenturen bzw. freiberufliche Experten involviert sind. Einige Kommunikationsagenturen bieten außerdem Marketingberatung, Recherchen, die Durchführung von Workshops und weiteres. Hier noch einmal die Kommunikationsagentur im Überblick. Für detaillierte Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Hier meine Kontaktdaten. Wenn Sie an dem Prozess der Agentursuche interessiert sind, so erfahren Sie darüber mehr in meinem Leitfaden Agenturscreening. Sie können ihn kostenlos downloaden. Den Link dazu finden Sie in dem Beschreibungstext dieses Videos. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.